Der BritItalia ist ein weiterer Multi-Hoster auf dem Markt. Ein Account ist, je nach Zahlungsweise, schon für 3 Euro im Monat zu bekommen. Damit ist der BritItalia einer der günstigsten Multi-Hoster auf dem Markt. Bei den Premium-Paketen ist noch positiv anzumerken, dass viele Zahlungsweisen unterstützt werden. Der BritItalia ist einer der wenigen Multi-Hoster, die offen damit werben, dass ShareOnline unterstützt wird. Dazu später mehr. Ansonsten wird eine ganze Reihe von bekannten Multi-Hostern unterstützt, darunter auch Uploaded und RapidGater. Eine Besonderheit bei Der BritItalia ist die Unterstützung von Pressers-Links. Dabei handelt es sich um einen Anbieter für Erwachsenenunterhaltung. Für diesen Test habe ich 4 Dienste unter die Lupe genommen. Die 3 beliebten One-Click-Hoster, ShareOnline, RapidGater und Uploaded und dazu noch das bereits angesprochene Angebot von Pressers. Die Uploaded-Links wurden, wie im Video zu sehen, mit voller Geschwindigkeit heruntergeladen. RapidGater dagegen hat im ShareOnloader nicht zuverlässig funktioniert. Immer wieder wurde in den Free-User-Modus gewechselt. Nur über das Web-Interface von Der BritItalia hat der RapidGater-Download funktioniert. Einer ist die ShareOnline-Links. Obwohl der Hoster laut Status-Page gehen sollte, startete der Download im ShareDownloader nicht. Auch das Einfügen der ShareOnline-Links über die Webseite von Der BritItalia konnte daran nichts ändern. Pressers-Links haben hingegen immer funktioniert. Dazu besucht man die Pressers-Webseite und kopiert den Link eines Clips in den Web-Downloader. Daraufhin kann man eine MP4-Datei in voller Geschwindigkeit herunterladen. Zusätzlich muss noch angemerkt werden, dass die Der BritItalia-Seite teilweise nur auf Italienisch ist. So sind zum Beispiel die Terms of Privacy nur auf Italienisch. Dasselbe gilt für die News. Für Der BritItalia kann es aufgrund der Mängel keine Kaufempfehlung geben. Aufgrund des günstigen Preises kann der Multi-Hoster dennoch für den einen oder anderen von Interesse sein. Der BritItalia kann es aufgrund der Mängel keine Kaufempfehlung geben. Der BritItalia kann es aufgrund der Mängel keine Kaufempfehlung geben. Aus diesem Tag hinein. Machines höheren kann es aufgrund der Mängel eine Kaufempfehlung geben. Dann gehen das Snap in der Mängel keine Kaufpflichten geben... Und noch nicht mehr, wie es denn dafest ist, hier in Milöny耶 Ir scam.